ah ich arbeite hier wir müssen babys hätten was ich arbeite doch aber eine familie hat gesagt die kommen gleich sie ist sechs jahre alt aber sie denkt dass sie viel jünger ist also sie hat einfach verstand von einer zwei oder dreijährige ok verstanden ist du runter vorbereitet kinder schluss mit video machen oder was sie da macht es kommt familie und gibt kinder ab so kinder jetzt müsst ihr aufräumen die familie kommt um die weniger minuten dann seid ihr vorbereitet ja wir müssen rennen ja schnell die kinder aufräumt nicht hinfallen okay wir räumen schon mal ab du siebenjähriger junge du kannst jetzt aufhören mit deines also ich finde dass wir schon also einer die euch bei den früheren zeiten ich fand immer dass wir ich war da so jung oder und er war auch ein bisschen kleiner aber jetzt geht und ich habe die schule begonnen cool oder sich verändert und sogar ihre haarfarbe ist komisch jetzt haben jetzt machen wir videos familie klingeln oder so ja aber wir sind doch familie klingeln ja deswegen da ist die familie die sind ja lebensmüde deswegen heißen die familie verrückt schüch kind gehe einfach in das haus rein okay wir sehen uns später abend hallo süße wisst ihr wo ich familie klingeln finde vor dir aber ich bin aber was ist vor mir ja wir sind familie klingeln was aber jetzt verstehe gar nicht ja ja willkommen in unser haus was willst du machen ich will hier wohnen und auf dem dach reisen sie ist lebensmüde action so hallo kleiner kind was tun sie hier was wollen sie hier haben ich will dass meine eltern sagen dass ich auf den auf einen kopf reiten darf das hört sich nicht elegant an noch eine frage von uns was ist dein lieblings essen mein lieblings essen ist menschen noch eine frage warum ja weil ich menschen esse so frau verrückt warum sagen sie sowas wie so familie klingeln sie dürfen sowas nicht wissen bitte bitte liken sie den kanal und abonnieren diesen kanal äh liken kanal liken dieses video abonnieren diesen kanal schreibt einen kommentar so sie sind jetzt in youtube was ist youtube kann man das essen nein das ist auf ein handy und handy kann man nicht essen sonst ist man tot wie eine kartoffelpüree aber ich mag elektrizität ist sie ein roboter nein ich bin ein roboter warum sagen sie so was schlimme wörter wird nicht in unser kanal gesprochen deswegen haben wir das nicht reingetun deswegen ist es leiser so riesige nehmen wir fressen die verpackungsbeilage oder schlagen sie ihren arzt oder apotheke ok dann schlage ich dich ich bin gar kein arzt oder apotheke aber schlimme wörter wird nicht in unser kanal geredet deswegen nein 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 ich meine das apotheke und arzt was ist das arzt helft arzt helft dich wenn du dich verletzt das ist ein mensch der dich ein pflaster so riesige nehmen wir fressen die verpackungsbeilage oder schlagen sie ihren arzt oder apotheke ok ich esse papier so riesige nehmen wir fressen die papierbeilage oder schlagen sie ihre arzt oder apotheke was soll das so riesige nehmen wir fressen die verpackungsbeilage oder schlagen sie ihren arzt oder apotheke so riesige nehmen wir fressen die fressen die fressen die die essenbeilage oder schlagen sie ihren arzt oder apotheke Zu riesigen Nebungen fressen Sie die Beilage oder schlagen Sie mich oder dich? Halt die Klappe! Zu riesigen Nebungen fressen Sie die Beilage oder schlagen Sie Ihren Arzt in Erapotheke? Zu riesigen Nebungen fressen Sie die Beilage oder schlagen Sie Ihre Arzt in Erapotheke? Wir sind wieder da! Was? Halt dich? Klar? Ähm, ähm... So riesig in der Folge, äh... Fokus über Fische. Fische sind ekelhaft. Ich mag keine 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 Fische. Fische sind ekelhaft. Ach du Ekelhaft. So riesig in der Folge, was ist die Idee? Oh, ach du Scheiße, die Kamera. Ähm... Ja, was ist mit der Kamera? Kann man eine Kamera essen? Hallo? 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 Ist eine Kamera eine Banane? Das ist unscharf. eine Fische. Eine Fische. Eine Fische. Das ist ein Arschloch genannt. Bedeutet das was Gutes? Äh... Bleib mal schübig von uns. Schöpflöpflöten. Äh... Tschüss. 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 Äh... Juuu... Mama? Du, 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 du. Warum ist es nicht normal, dass man auf dem Dach reitet? Nicht. Das ist so richtig. Tschüss, 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 tschüss. Ich habe es nicht. Banane. Zu riesigen Nürbungen fressen Sie die Apothekebeilage oder schlagen Sie in den Arzt oder Apotheke? Ach du Scheiße. Ach du. Tüse. Eine Fee. Vergiss gar keinen Like, abonnieren und die Glocke aktivieren auf dem Video und diesem Kanal. Schreibe auf diesem Video einen Kanalmitglied oder einen Kommentar. Der Kanalmitglied haben wir noch nicht herausgefunden, wie das funktioniert. Mama. Und dann noch einen schönen Tag oder schrecklichen Tag. Mama. Wie es ist. Dann schau, 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 schau. Disconnect Error. Neben mir seht ihr einen sehr schrecklichen Cell, der bei 1800er Jahr gebaut wurde. Und dann neben mir seht ihr ein Fahrrad und ein Motorrad mit einer lebenswürde Familie. Vergiss gar kein Like und Abo auf diesem Video und Kanal. Schreiben Sie einen netten Kommentar. Und wir werden jetzt in der Mini-Mini-Weltmann nichts anschauen. Schau. Noch einen schönen Tag oder Schrecklichen Tag. Schau. Schau.